Ich suche nach meinem Sohn. Ich habe ihn vor zwei Monaten zum letzten Mal gesehen. Mein Sohn hat von hier aus einen Bus Richtung Grenze genommen und ist seitdem spurlos verschwunden. Erkennen Sie was von den Sachen wieder? Ich habe sie gepackt. Ich glaube, mein Sohn ist überfallen worden. Stellen Sie solche Fragen niemals in der Öffentlichkeit. Man kann nie wissen, wer zuhört. You have been found guilty of improper entry into the United States of America. You're now in removal procedures. Wie lange geht das hier schon so? Pass gut auf dich auf, ja? Das ist ein ziemlich heißes Pflaster hier. Hey, hallo! Ich tue Ihnen nichts. Von hinten siehst du fast so aus wie er. Von hinten sehen wir alle gleich aus. Sie hat gewollt, dass ich gehe. Geschickt habe ich ihr so gut wie nie was. So wie es hier im Augenblick läuft, kann man nie wissen, wem man vertrauen kann. Stehen Sie auf, schnell. Wir müssen abhauen. Ich komme erst zurück, wenn ich weiß, wo er ist. In dieser Stadt verschwinden andauernd Leute. Manche beim Versuch, über die Grenze zu kommen. Andere, nachdem sie zurückgeschickt wurden. Es mag sein, dass mein Sohn wirklich tot ist. Ich brauche aber Gewissheit. Wenn Sie was wissen, sagen Sie es mir. Ich bin der Zeit, wenn Sie, wie ich es nicht schafft. Ich bin der Zeit, wenn ich dich nicht schmerzen kann. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit.